Kreative Mana Sachen, die kann man hier gar nicht craften oder bekommen durch Loot Chests. Ich glaube das hat schon irgendwo Sinn. Hey, in ODC habe ich immer nur mit Kreative Mana Pools gearbeitet. Die macht doch 3x3. Was? Ne, die Water Wing Can von Extra Utilities macht doch normalerweise ein 3x3 Feld. Und das weiß ich nicht aus dem Kopf. Die ist beinah kostenlos abgegradet in Tiny Progressions. Die sogar noch besser ist, weil die kein Wasser wirklich verbraucht. Die ist unendlich. Muss nicht andauernd nachfüllen. Das ist irgendwie ein Bone Meal plus Eisen. Ach ja, hier 3x3. Ja gut, dann mach ich mal die. Was ist denn da? Ach und da hast du eine Felder gemacht. 4, ja. Dirt Essence und Dirt Essence. Da braucht wohl einer Dirt. Nicht unbedingt, aber das war jetzt die erste, die ich halt angefangen habe. und Re-Inf. Ok, ob sie äh, Nether Star. Wack, quack, quack. Aaaaaaahhhh. Oh, hier läuft. Boing, boing, boing. Das ist was, ich weiß, was ich jetzt baue. Wir brauchen das, ich brauche eine Eisenhoe. Äh, wir bräuchten noch eine Dingshoe zum Umgraben. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Was hast du? Irgendwie mobbt mich das hier. Was ist denn dein Problem? Also, ich baue das 1 zu 1 auch wie du. Ja, warte, ich helfe dir damit. Ja, dein Ding ist falsch herum einge... Deine Ausrichtung war falsch. Das ist alles. Ja. Äh. Achso, was ist da? Siehste? Tres. Hipserchen. Nagelsfeberstellen. Oh, was sieht's denn? Oh leil. Was? Ich hab Spaß mit einer Jete. Hast du das grad nicht gesehen, was ich gemacht hab? Ja, ja, was... Jeter Ranch, da kannst du uns an Sachen drehen. Ist das ein Ranch? Heißt das Ding so? Ja, Jeter Ranch. 1, 2, 3, 4... Da kommt die Farming Station drauf. Das... Das... Kann ich das auch irgendwie so drehen? Oder bräuch ich dafür so eine Ranch? Du brauchst dafür eine Ranch. Ja, das bleibt ja schon rein. Alter. Was? Dieses Scheißmännchen. Kackt uns hier alles voll. Dann sei froh, dass nicht der Motto Oster of Stranded mit dabei war, da hast du wirklich dumm rumliegen. Hast du hier auch bei den Hühnchen, oder nicht? Da hast du Scheiße rum. Ist das Scheiße? Ist doch irgend so ein anderes Erzeugnis. Matura. Ich übersetz das jetzt mal frei nach Schnauze. In... Scheiße. Scheiße, ja. Ja, gut. Meine lassen ganz schön viele Eier hier. Äh... Oskar? Kann man nicht aus den Hühnchen-Eiern diese... Äh... 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 Was für Eier? Na, diese Chicken-Eier. Ich hab jetzt hier eine gute Hand voll Hühnchen-Eier. Äh... Äh... Die musst du so alle züchten aus den Farben. Und die Farben musst du einfach, äh, halt die jeweilige Farbe mit dem Hühnchen... Äh... Mit einem Ei zusammen craften, wenn's so ist. Und so, dass ich meine Vakuum-Chest weiter arbeiten. Ja, also als Beispiel, äh, das... Orange-Chicken kannst du... Oh, weiß... Ne, warte, das... Kaktus... Äh... Elektron wird aus Silber gemacht. Silber wird aus... Iron gemacht. Unter anderem... Okay, das ist Flint und Bone White. Brauchst du zum Beispiel. Ja, gut. Boah, Silikon ist Clay. Clay ist Snow und Sand. Snowball ist Lapis plus Lock. Okay, also der Mod braucht auch viel Zeit. Ja, vor allem die Paarung dauert lange. Ui! Fertilizer-Sense, ein Prozent. Ja, in der... Dadurch, dass wir hier gar nicht Dings drin haben, dauert's hier noch länger. Oskar? Du hast doch grad so viel Spaß mit Tinkers immer. Ja. Ich hab immer Spaß mit Tinkers. Ich bräuchte... Jetzt muss ich kurz selbst gucken, was ich genau brauche, weil ich bräuchte ne Hone, ne Unbreakable, so gesehen. Ich glaub ne Methock. Ne Methock würde das wahrscheinlich am ersten Jahr... Machen wir mal ne Unbreakable, ne Methock. Das dauert dann drei Jahre. Methock ist nicht so schwer wie ne Sense. Trotzdem haben wir kaum Papier. Äh... Äh... Ich hab ein Stack über Papier zu mein CME geworfen. Hm. Äh, ich wollte... Ach, die geht ja rein da. Ach, die geht ja rein da. Ach, die geht ja rein da. Ach, das da. So, dann noch ein paar... Goldplatten. Ich spiele heute das erste Mal mit Chisel und Blitz rum. Oh nein. Und bitte nicht übertreiben. Nein, es wird doch ein kleines Geschenk für Melvin. Wo hab ich denn das her genommen? Hm? 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 Das ist doch von dem Baum. Wo hab ich denn das abgemacht? Was dann? Ich... Fahrlust dahin, oder? Doch. Ich könnte natürlich auch eine Mumu machen. Ich glaub, das wird ein bisschen anstrengender. Ähm... Naja. Wenn's darum geht, ist das nicht für mich anstrengend. Ich hab auf meinem ehemaligen 1.13 Vanilla-Server auf der Testwelt zwei Figuren gebaut. Sehr groß. Die eine lag breitbeinig da, die andere knühte dazwischen und hat weiße Sahne versprüht. Wahrscheinlich auch sehr detailliert. Ja. Also Pascal, du wolltest ne unzerstörbare Mettok. Ja. Wo bist du? Äh... Auf den Feldern. Also auf meinen Feldern. Ich dachte auf den Handfeldern. Ne, da sind nur... Ist die Aufnahme an? Jep. Da sind nur andere Leute drauf. Was wird da? Ja, die passt rein. Perfekt. Easy. Wie krieg ich nochmal pinke Slime-Bälle? Was ist das hier? Ne Farming Station. Es ist wie das andere Ding, nur dass das Strom braucht. Was? Ich hab sogar... So, und irgendwo ist der Rollblock. Da. Da mal hin. Alter. Hehehehe. Ich hab lustig. Fuck, ich hätte mehr von den Dings da behalten sollen. Es ist alles kalt. Ich hab mir gejohzt, dass du mal wieder in Dings namnen kannst. Du hast Angst, dass du da Byek-Jutsch und wie immer noch vor. Immer mehr an die Jä pomen. Zitat um diese Jäge zu haben. Wenn du nehmann ein, wasst du dich glauben. Ich habe zu tun, dass du noch nie zu tun hast. Ich habe einen Motorradraden, del Dings drabten und sich und ich habe zu tun. Ich habe eine Worte auf dem... Ich habe einen Motorradradraden. Ich habe einen Motorradradraden mit dem Auto. Ich habe einen Motorradradraden, ich habe einen Motorradradraden abgefunden. Ich habe einen Motorradradraden. So, baue ich dir das denn hin? Kann man den Sortieren vielleicht auch sagen, wo er diese Sachen einsortieren soll Oh, ich hab die Betten beide perfekt platziert Ja Wir kriegen beide, wenn wir auch schon eine Küche mitgegeben von dem Holz Schön Ich kann bei mir im Bett pennen wie ich will oder Rechtsgeg drauf machen, ich spawn immer wieder am Spawn Okay, Oskar, komm mal her, siehst du diesen braunen Kasten? Welchen braunen Kasten? Sieh, also das ist die Range von dem Ding gerade, ich werd die Range mal besser wieder kleiner machen Kein Scheiß Ja, ich mach die wieder kleiner, weil so eine große Range brauchen wir noch nicht Was macht die nochmal? Äh, Outwatch abern Achso, warte Was macht was? Die Farming Station? Ja Äh, ist so wie das Ding, was ich da hinten gebaut hab, nur dass das hier Strom braucht und nachher eine größere Reichweite hat Okay Und auch im Notfall selber neu anpflanzen würde, wenn die Seeds weg wären Warum? Achso, weil ich es falsch eingeschüttet hab Also jetzt sollst du alles oben in der Kiste dann? Ja Ja Reicht so Dann kommt hier die Seeds hin, die wir auf lange Sicht häufiger brauchen Melvon hat einen Penis Fake News Und das wird auch das Subday von dieser Folge werden Und das wird auch das Subday von dieser Folge werden Oh mein Gott Ja, der sieht gut aus Ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017